Nein. Er ruft irgendwer von... Wow. Obst! Oh, du hast auch eine Flammenverzauberung. Ja. Alter, ich hab... Ich hab ein Diamant... Das brauch ich jetzt aber nicht! Ja, das ist ganz ehrlich. Ich hab eine Diamantrüstungs-Dingsbums. Das hat Schutz 4, Feuerschutz 4, Explosionsschutz 4 und... Ja. Schusssicher 4. Hilfst du mir, auszubauen? Ja, was auszubauen? Der trifft Löcke in die Richtung. Zwölf. Moment, das sind... Irgendwo das. Jo, und jetzt müssen... Und dann einmal ein ganzes Rondel aus diesem Treppenflug machen. Drei, vier, fünf, sechs... Immer ein bisschen zählen. Keine Ahnung, man, ich kann nicht mehr zählen. BTF? Was? Ich kann nicht mehr zählen. Moment. Eins, zwei... Ich kann auch nicht mehr zählen. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf. Das Tier ist zwölf. Äh, nach links. Wie viel nach links? Also bis da soll das Haus gehen, das heißt wir müssen noch... Oh, oh, Creeper, 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 oh. Gib mir mal einen TNT-Block. Ich hab keinen TNT. TNT ist bei Erde unnütz. Du musst über Stein geht das gut, aber bei Erde bringt TNT nicht viel. Oh, oh, Zombie. Burn to death. Willst du so fähig 21 Rottenflash? Die hab ich grad eben so mal eben gekriegt. 21? Bis wohin musst du denn? Bis wohin musst du denn, Robby? Bis zum Fluss? Hier ist so ein kleiner See, der muss vielleicht erst zugebaut werden. Ja, sollte vielleicht. Ey. Moment, ich cheate mir mal eben. Nein. Meine Kiste ist Erde. Da ist kalt durchs Cheaten-Frame-Entbruch gehabt. Seit wann funktioniert denn das nicht mehr? Ja. Witzig. So runter. Und bis hier. Hä? Erde. Ich will doch nur die Schwamme loswerden. Nein. Friss. Ich geh mal eben Kürbiskuchen holen. Holst du aus meiner Kiste, die ganz hinten an der Wand steht, äh, auf Erde mit? Oder wenn du bei dir bist, Erde? Ja, ich muss mal gucken, wie viel Erde du hast. Ich hab ein bisschen was. Ja, ne, ich brauch keine Erde holen. Ich sollte vielleicht aber mir noch eben ne Schaufel holen. Aber das kann ja eben so machen. Uno, Momento. Hast du die grad ne... Gesheatet? Nö. Nein, gar nicht. Warte. Ohne, ähm... Verdammt, auf dem Server funktionieren diese scheiß Verzauberungen nicht. Du hast jetzt... Ich seh das über... Ich seh das die ganze Zeit, Fabi, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Moment. Geh ich mir halt so ne Scheiß Dings holen. Im Rottenflash wegbringen. Das und das. Moment, Robi? Robi? Ja? Jetzt hab ich Gras dabei, ey. Ähm. Ähm. Ich hab noch einen Stock. Irgendwas hab ich grad fragen. Egal. Hast du noch Sticks bei dir? Ne, aber jede Menge Holz in der Kiste. Okay. Oh, Kürbiskuchen wollte ich holen. Zum Fressen. Eier und Zucker. Hab ich schon Zucker? Oder muss ich erst Zucker machen? Hab ich überhaupt... Ich hab grad kein... Ich... LOL. HACK! Ich hab gar kein Schilf. Ich hab ein bisschen was, aber nicht alles nehmen, bitte. Ne, ne. Ich hab hier ne ganze Schilffarm. Ich muss da nur eben hin. Ja, ich brauch das nämlich für meinen Keller dann. Ich hab ein bisschen... Füllst du dann gleich erstmal den See auf? Und versuch mal ne Behutsamkeitsbezacke zu holen. Ich hab keine. Ich hatte mal eine. Ja, warte. Haben die jetzt eigentlich... Kannst du dir die Schieten kurz? Nein, eben nicht. Das hab ich ja grad eben schon mit ner Schaufel probiert. Ich krieg das nicht hin. Das funktioniert auf dem Server irgendwie nicht. Diese Verzauberung müsste ich mir eigentlich dementsprechend Level geben. Und dann einfach so oft verzaubern, bis ich das habe, was ich will. Ja, dann hol mal bitte, weil wir müssen das Glas... Oder wir haben das Glas wieder so ab. Du hast doch jede Menge Dings. Sand und Kohle gekriegt. Und es handelt sich ja um so viel Glas gar nicht. Handelt sich ja gar nicht. Ei. Du bist ja halt schlau. Gut. Sticks. Sticks. Und damit hätten wir die Diashaufel. Und... Muss das Glas hier zufällig auch weg? Ja. Das muss ja alles nach da versetzt werden, von daher... Warum hast du es dann erst so gebaut? Ich meine, du hast nicht mal ein Dach und fingst schon an, das auszubauen. Ja, weil ich mich verbaut hab. Oh. Moment, ich mach erst noch was zu fressen. Uuuhu. 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 Kürbisse. Zucker brauche ich. Wie viel Zucker brauche ich denn? Das reicht dann aber auch erstmal, ne, an Aufnahmen. Kommt drauf an, wie lange... Kommt drauf an, wie lange du zum Durchrennen brauchst. Ich brauche für alles wahrscheinlich nicht sehr lange. Ne, einfach nur den Kanal. Ja. Durchrennen. Brauche nicht lange. Ich brauche für 10... Für einen 10 Minuten oder 20 Minuten Part... Sagen wir mal, 20 Minuten Part brauche ich... Nicht länger als eine halbe Stunde renderbar. Ja. Wie lange dann hast du für 20 Minuten? 20 Minuten. Ja? Kommt drauf an, was es ist. Und wie hoch dich die Qualität bei Camtasia-Studio einstellen. Man kann bei Camtasia zwischen kleine Datei und Qualität wählen. Und bei Minecraft kannst du in Richtung kleine Qualität setzen. Oder... Also wenig Daten. Weil... Ich renne meine immer mit Internet. Oder meinst du die Abmessung? Ne. Es gibt so ein... Bei Camtasia-Studio gibt es so eine Einstellung. Da kann man dann einstellen... Ich möchte mehr Qualität haben. Dann hat das aber auch eine größere Datei Größe. Also... Teilweise dann halt so für einen 15-20 Minuten Part oder so 2 GB. Oder du machst halt... Sagst ihm kleine Datei. Dann macht er dir eine ganz kleine Datei. Und das ist bei Minecraft... Kannst du kleine Datei einstellen. Weil... Dann kriegst du eine... Ganz kleine Datei. Das dauert dann nicht lange zu rendern. Und... So viel Qualität braucht Minecraft einfach nicht. Eigentlich hättest du ja dein Haus in der Nähe von Beacon Block bauen müssen, ne? Warum? Ja, hier hinten hast du davon... Von diesem Boost nix mehr. Ja und? Ich bin mich grad übel am Verbauen. So, sieh es zu. Ja, dann hilf mit Abtragen. Bis wohin? Das hier noch? Ja, die Ecke hier noch. Moment. Und dann brauchen wir ganz viel Ziegel. Tiete mal ein paar Ziegeltreppen, bitte. Ähm... Wo sind sie denn? Also... WTF? Drei Stacks sollten reichen. Moment mal, WTF? Wo sind... Ach so. Hä? Ja, hau her! Nee. Das ist WTF? Was du geholt hast. Ja, ich weiß, aber... Irgendwie... Das ist grad voll verpackt. Ach, das sind gleich doppelte Slabs. Moment. Gibt's hier keinen Delete-Modus, ey? Dann muss das alles wieder einzeln wegwerfen. Dann mach doch hier mal so einen Mülleimer. Ja, nee, ich mein nur, ich find das grad nicht...